NIEW! AAAAAA! BITTE! Ich brauche Hilfe mit meiner Muschi! Wo auch immer das gemeine Fußvolk Hilfe benötigt, ein Mann ist sofort zur Stelle! Ha-ha! Gander seien hier, um Tag zu rotten! Nicht du, Fettgesicht! SKYGOOOOOOO! Oh, du armes, unterdrücktes, kleines Haustier. Ganz allein auf diesem Baum und der Welt. Die Leute sind so unbedacht. F- Oh, meine Katze! Danke, Skygoth! Was auch immer. SKYGOTH! Wo auch immer Menschen ihrer Würde und ihrem Geld beraubt werden, ist Skygoth natürlich sofort zur Stelle. Die Menschheit ist wie eine masochistische Quale, sich selbst stechend wie ein großer Haufen elektrische Spaghetti. Kein Bösewicht ist vor Skygoths Supersäufzer sicher! Oh, was mach ich nur? Das ist doch alles nur eine makabre Fassade, nicht wahr? Was ist nur der Sinn noch am Leben zu sein? H- Kann das sein nun hier? Um zu helfen jetzt! Zu spät, Dummkopf! Wo auch immer Leute Musik hören, die er selbst für öde empfindet, ist Skygoth zur Stelle. Mein ausgeprägter Beurteilungssinn kribbelt Alarm. Oh mein Gott, du hörst dir wirklich diesen belanglosen Mainstream-Blödsinn an? Nur die Greyvoids sind die einzige Band, die noch wahre Musik macht und sie auch formt. Dieses Lied spiegelt die ganzen Schmerzen und traurigen... Ah, scheiße! Fledermäuse! Es gäbe nur einen Platz für einen Superhalten in dieser Zeichendrickserie! Skygoth! Wow! Ich meine... Gundam! Wisst ihr? Wir hatten heute sehr viel Spaß miteinander, aber jedes Jahr nerven uns tausende von nicht willkommenen Goffs und Emos mit ihren blöden Outfits, ihrem traurigen Rumgelaber und ihrer emotionalen Art aufs Neue. Hilf uns die Goff-Bevölkerung zu kontrollieren, indem du deinen Goff noch heute sterilisierst und kastrierst!